Ich kann mal die Sohn noch sehen. 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 Ich habe es aber. Ich bin ziemlich weit weg, glaube ich. Ich kann mal die Sohn noch sehen. Ja, ich habe es schon da. Ich glaube, du bist näher dran. Jetzt rennen sie noch weniger. Wir trennen sie noch weniger. Und so. Morgen ist es noch mal ein wichtiges Spiel bei der B-Jugend. Ich bin in Dudenhofen gegen Schliegenheim. Das ist ins Wetter. Ich bin in Dudenhofen. 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 Wenn ich sing Friss, dann denk ich immer an Fritz, wir können auch singen, Fritz holen wir mal Bier. Das kann ich ja mal live einbauen. Lass ihn! Dann hab ich eigentlich drinnen. Schöner Pass, wunderbar! Wow, klasse! Das war ein schönes Spielzeug. Das wär die Frönung jetzt gewesen. Das hab ich auch schön mitgezogen. Aber es war leider nix. Ja. Der drinnen. Das war ein schönes Spielzeug. Das war ein bisschen. Der drinnen. Aber es war nicht so gut. Das war nicht so gut. Aber es war nicht so gut. Und dann war nicht so gut. Das war nicht so gut. Wir müssen das mal an, das fällt nicht hin. Jetzt machen wir ein gescheites Gerät, machen wir jetzt ein gescheites Gerät. Ja, meine Jagd ist immer noch verklebt. Rufen wir zum ZDF, die sollen Huffrau was schicken können.